Namaste und herzlich willkommen zu einem kleinen Yoga-Quickie hier in Ubud in Bali. Für diese Einheit brauchst du nur eine Yogamatte und dich selbst. Wir starten in der Haltung des Kindes und ich würde sagen, lasst uns loslegen. Komme in die Haltung des Kindes und lege deine Knie leicht geöffnet am Boden auf. Zieh deine Arme nach oben heraus, deine Stirn liegt ganz entspannt auf deiner Unterlage. Schließe deine Augen und nehme dir ein paar ganz tiefe Atemzüge, um bei dir anzukommen. Schenke dir hier noch zwei tiefe Atemzüge. Und mit deiner nächsten Einatmung roll dich einmal auf in den Vierfüßler. Platziere deine Handgelenke unter der Schulter und mit der nächsten Einatmung komme in ein geführtes Hohlkreuz mit der Ausatmung in den Katzenbuckel. Du kennst es, Katze-Kuh, mit der Einatmung komme immer in deine Streckung. Mit der Ausatmung roll dich ein, runde deinen Rücken, Blick Richtung Bauchnabel. Fahre fort in deinem eigenen Atemrhythmus. Letzte Runde. Und dann treffen wir uns in der neutralen Position. Stelle deine Füße hinten auf und schiebe dich einmal in den herabschauenden Hund. Beginne auf der Stelle zu treten, schiebe dein Becken von links nach rechts und streck dich einmal so richtig durch. Spür die Länge in deiner Brust, die Dehnung in den Weinrückseiten. Und dann komme einmal in den statischen Hund. Mit der nächsten Einatmung rolle dich in die Planke. Mit der Ausatmung lasse Knie, Brust, Kinn ab. Einatmen, heraufschauen in die Cobra. Ausatmen, zurück in den herabschauenden Hund. Als nächstes heb einmal das rechte Bein nach oben und dreh deine Hüfte dabei auf. Mit der nächsten Ausatmung steige mit dem rechten Fuß nach vorne, rechts, außen, neben die rechte Hand. Linkes Knie geerdet, linker Fußrücken liegt am Boden auf. Deine Arme sind lang, Herz gehoben. Und als nächstes lege deine rechte Hand auf die rechte Knieinnenseite und schiebe sanft dein Bein nach außen. Der rechte Fuß kommt auf die Außenkant. Du kannst hier bleiben oder, wenn du möchtest, kurbel deinen rechten Arm nach hinten und stell deinen linken Unterschenkel auf. Greife sanft deinen Fuß. Falls du deinen Fuß in der Hand hast, ganz sanft auflösen, zurückkommen. Wir bringen alle die Hände wieder zum Boden und steigen in den herabschauenden Hund. Kleines Vinyasa mit der Einatmung in die Planke, Knie, Brust, Kinn aus. Einatmen in die Cobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Andere Seite. Hebe das linke Bein nach oben an, Hüfte aufdrehen. Mit der Ausatmung steig nach vorne, links, außen, neben deine linke Hand. Rechtes Knie, Erden, Fußrücken auflegen. Platziere deine linke Hand an der linken Knieinnenseite. Und ganz sanft schiebe das linke Knie nach außen, Fuß kommt auf die Außenkante. Rechter Arm ist lang. Bleib entweder hier oder streck den linken Arm nach hinten aus. Wenn du möchtest, greife deinen rechten Fuß, rechten Unterschenkel nach oben holen. Wir bleiben hier für ein paar Atemzüge. Achtung, löse langsam deine Hand und bringe beide Hände zurück zum Boden. Steige in den herabschauenden Hund. Wir fließen durch ein kraftvolles Vinyasa. Einatmen in die Planke. Chaturanga aus. Ein heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Sehr gut. Einmal durchstrecken, durchatmen. Und dann erde beide Knie, überkreuze deine Unterschenkel und roll dich über die Beine nach hinten auf deinen Po. Wir sind im Langsitz. Nächste Einatmung. Zieh die Arme nach oben. Ausatmen, tauch nach unten. Apashimottanasana. Greif, was du greifen kannst. Entspann deinen Nacken. Je nachdem, wie tief du kommst, kannst du auch die Stirn auf deinen Beinen aufliegen. Letzter Atemzug. Und dann rolle dich langsam wieder auf. Wir stellen als nächstes das rechte Bein auf. Greife dein Bein mit der linken Hand und der rechte Arm kurbelt nach hinten. Wir sind im Drehsitz. Wenn du möchtest, stell deinen linken Arm auf. Drücke mit deinem Ellbogen von außen gegen das rechte Knie. Achte darauf, schön lang in der Wirbelsäule zu bleiben. Mit deiner nächsten Einatmung dreh dich sanft wieder zurück nach vorne. Und wenn du möchtest, rotiere dich einmal kurz zur linken Seite. Wir machen die andere Seite. Stell das linke Bein auf. Halte dein Bein mit der rechten Hand. Linker Arm kurbelt nach hinten. Bleibe entweder hier oder drücke mit deinem rechten Ellbogen von links außen gegen das linke Knie unter Arm aufgestellt. Behalte Länge in der Wirbelsäule. Gleichmäßige Atmung. Du machst das sehr gut. Achtung, mit der nächsten Einatmung löse sanft auf. Wenn du magst, einmal kurz zur rechten Seite drehen. Danach setz dich in die Mitte deiner Matte und roll dich einmal auf deinen Rücken ab. Nimm deine Beine mit zur Brust. Umarme deine Beine, zieh sie sanft zu dir oder schaukel von links nach rechts. Du kannst deine Beine auch einmal nach oben ausstrecken. Mache die Bewegungen, die du jetzt noch brauchst, die sich gut anfühlen. Und dann schauke dich auch wieder nach oben auf deine Matte und setz dich für einen kurzen Moment noch einmal in den Schneidersitz. Richte deine Wirbelsäule auf. Deine Augen sind geschlossen. Zum Abschluss spüre noch einmal ganz bewusst in deinen Körper und in deinen Geist hinein. Beobachte deinen Atem. Observiere deine Gedanken. Wir nehmen die Hände in Anjali-Mutra vor dem Herzen zusammen. Schenke dir selbst ein warmes Lächeln und sei dir dankbar dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast für diesen kleinen Yoga-Quickie. Namaste. Vielen lieben Dank für deine Teilnahme. Ich hoffe, dir hat diese kurze Einheit gefallen. Wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag. Sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.